Den Silberpreis verfolgen wir hier auf dem Kanal in den letzten Wochen sehr engmaschig und wir haben bisher damit sehr gute Renditen erzielen können. Wir schauen uns an, was bisher passiert ist, wie tatsächlich dann sich die Kurs-Explosion, wie in den letzten beiden Videos besprochen, fortgesetzt hat und warum ich jetzt so davon ausgehe, dass wir erstmal eine kurzfristige, schnelle, zackige Korrektur sehen werden beim Silberpreis. Servus, Grüß, Hüber, Moin, schön, dass du wieder eingestellt hast hier auf dem Kanal. Mein Name ist Stefan Bode und der Silberpreis schreit für mich zumindest nach einer Korrektur. Jetzt müsst ihr keine Angst bekommen, das ist ganz normal, was stark steigt, dass hier auch mal Rücksetzer eintreffen. Ihr macht bitte einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal und werdet bitte auch Mitglied als Fan oder Edelfan hier bei YouTube und wir springen dann wieder in unserer Manier sofort rüber an den Sharp. Ja, ihr seht hier noch eingeblendet in grün, das lösche ich gleich raus, der damalige Einstiegzeitpunkt und mit Absicherung, Chancen-Risiko-Verhältnis war sehr gut, den müssen wir auch gar nicht anpassen. Wir lassen einfach das physisch gekaufte Silber oder das als ETC und ETF und wo auch immer ihr euer Silber gekauft habt, das kann einfach liegen bleiben. Hier geht es eigentlich nur zur Optimierung. Ja, das muss man nicht machen, wenn man nicht eng am Markt ist. Also, was sehe ich aktuell? Wir haben einen starken Anstieg und meine Vermutung ist ja jetzt erstmal, dass wir hier tatsächlich eine erste Welle 1 abgeschlossen haben von dieser starken Aufwärtsbewegung. Ich hoffe es zumindest, wir dann mit dem Runterlauf eine nochmalige 2 bekämen, was dann, ich habe ja damals gesagt, wir haben eine mehrfache 1-2-Kombination hier im Runterlauf, nochmal entweder die sechste oder die siebte ist. Also, hier ist halt strittig, wie komme ich auf eine sechste oder siebte 1-2-Kombination. Das Märztief, also von Corona, also März 2020, da könnte auch eine Welle B zu Ende gegangen sein. Wenn dem so ist, dann hätten wir jetzt nur eine sechste 1-2-Kombination. Wenn auch das eine Welle 2 ist, die erste Welle 2, dann wäre es die siebte. Und es gibt noch mehrere weitere zu verteilen, denn hier ist halt fraglich, diese Aufwärtsbewegung könnte sich ja auch nochmal aufgesplittet haben. Dazu aber später mehr. Ich will euch nicht zu sehr verwirren. Fokussieren wir uns auf das aktuelle Kursgeschehen. Wir haben hier beim Silberpreis eine schöne Verkeilung. Hier, erst der Abverkauf könnte eine A gewesen sein. Und wir befinden uns entweder noch in der Welle B in Ausbildung. Und es könnte natürlich auch sein, dass wir hier jetzt dann diesen Abverkauf sehen, die Auflösung als eine fünfwellige C, die sich aber auch nochmal aufgesplittet hat. Ja, also ich möchte jetzt mit einem Ausbruch hier aus dieser Verkeilung einen kurzfristigen Abverkauf sehen. Was heißt kurzfristig? Das kann schon mehrere Tage dauern. Sollte auch gar nicht so tief gehen. Dennoch, 2-3 Dollar müssen hier einkalkuliert werden im Abverkauf. Wenn dem so ist, würde ich mich auf jeden Fall wohler fühlen, als wenn wir hier einen Ausbruch nach oben sehen. Also normalerweise sollte der Ausbruch hier nach unten kommen. Ja, wir können die B sicherlich auch hier drüben ansetzen. Je nachdem, wie wir das zählen wollen. Als A, B, A, B, C, D, E könnte auch hier eine B zu Ende sein. Oder ein anderes Korrekturmuster. Ich habe jetzt hier mal einen dynamischen Abverkauf reingepackt. Wir werden das aber in der Auflösung entsprechend dann sehen. Also meine Tendenz ist kurzfristig zumindest eine Zwischenkorrektur, was dann auch bei den Aktien gegebenenfalls noch mal zu Kursrücksetzern führen sollte. Das sind dann für mich aber Wiedereinstiegskurse oder Aufstockungsmöglichkeiten. Also beide DIP in dem Fall. Also kauft den Kursrücksetzer. Und das schauen wir uns natürlich dann hier auf dem Kanal sowieso wieder an. Ihr habt sicherlich schon den Daumen hoch gemacht. Aber die Glocke solltet ihr hier auf dem Kanal anmachen. Und Kommentare packt ihr wie immer unten drunter. Ich versuche die dann weitestgehend zeitnah zu beantworten. Wir sehen uns dann wieder. Meldet mich ab. Tschüss, sagt euer Stefan Bode hier aus Hannover. Ich versuche die Glocke.